Willkommen zu einem neuen Video auf Danny Jensen Uncut und heute spielen wir Golf Around mit... Ja, ich fang da mal an, ne? Hey, wir können gleichzeitig spielen. Du brauchst hier gar nicht anzufangen. Ähm, oh. Tun wir? Okay. Ja, ich probier einfach mal. Komm schon, komm schon, komm schon. Alter, das ist ja voll anders. Hä? Das ist richtig anders. Die Bälle fahren voll anders. Ich weiß nicht, wie deutlich... Bitte, bitte. Oh, Gott sei Dank. Danke. Oh mein Gott. Ich finde, das Menü sieht auch ziemlich unübersichtlich aus. Ähm, ich finde dich sehr unübersichtlich, aber... Unübersichtlich schön? Dankeschön. Hole in two. Naja, echt? Wie viel Prozent hast du genommen? Ich mach mal 66 Prozent. Stark, Danny, stark. Zu stark, leider. Oh mein Gott, das tut weh. Ich bin entweder richtig schlecht in Kauf, ich bin aber mehr gut. Eins von beiden. Na, wir... Das war trotzdem gut. Fandest du? Das waren ja auch nur zwei Schläge. Ich hab auch nur zwei. Uh. Ich gebe aber... Ich gebe einfach mal Gas da rein, glaube ich. Oh mein Gott, das ist nicht geschehen. Die bei dir auch? Gar nicht so leicht. Ich bin dran. Yes. Ich auch. Oh, verdammt. Hey. Hey. Wieso verdammt? Du bist ja so ein gemeiner Nichtsgönner. Ja, ich, äh, geh einfach mal... Stark, Danny, stark. Ey, dieser Schlag, ne, macht... Das ist so crazy, dass man viel doller schlägt, als man denkt. Also... Man schlägt halt wirklich voll doll. Man muss sich in jedes Golfspiel irgendwie erst mal richtig gewöhnen. Ich hab grad meine Mario-Mütze aufgesetzt, damit du keine Chance hast. Okay, okay, okay. Okay. Danke für die Mario-Mütze. Ich glaub, die bringen mir sogar Glück. Das hast du bis jetzt in jeder Runde gewonnen? Nein, nein. In der ersten hab ich verloren. Wir sind genau gleich auf. Oh, echt? Genau 11. 11. Oh, ich seh's grad. Okay. Puh. Okay. Das ist gut. Oh mein Gott. Ach, stimmt. Oh, hole in one. What? Ich glaub's da nicht. Okay. Nice. Spätestens ab jetzt sind wir nicht mehr... Oh, das ist hässlich. Deine Mütze bringt mir echt Glück, Alter. Oh ja, ich merk schon. Egal, ich lass sie trotzdem auf. Ist okay. Ich lass sie trotzdem auf. Mit einer Träne sagt er das im Auge. Okay, ähm, ich mach so. Das sollte... Uh, das ist schön. Das... Ah, das war so schön. Kein hole in one, aber schön, Sniley. Das ist, was zählt in meinem Leben. Das ist, was zählt? Ja. Du siehst dann aus, wie du aussiehst, Mann. Naja, weiß nicht. Ähm... Ich frage nur, ich frage nur. Oh! Ach so. Okay. Ich hab einen Schlag mehr gebraucht. Ich hab vier gebraucht jetzt. Mist. Oh mein Gott, vier. Okay. Ja, du hast drei gebraucht. Du hast noch mit einem Punkt auf jeden Fall. Okay, let's go. Tschu, tschu. Oh. Bin du da? Oh, das ist ja komplettes Glück irgendwie. Wie komplettes Glück? Abwohl, nee. Mit C kannst du freie Kamera wählen. Dann kannst du dir die Strecke vorher angucken. Oh, mal echt? Ja. What? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn, bitte? Das hätten wir mal eher machen müssen, eigentlich. Oh mein Gott. Geht das bei anderen Spielen auch? Äh, das weiß ich nicht. Aber... Warte, ich lass mal kurz die Map an hier. Schau sie an. Ah, ich seh... Ah, ich seh schon. Okay. Ich seh schon. Ich glaub, ich werd einfach hier rein... Ich geh einfach zufällig... Oh mein Gott. Nein. 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 Was passiert? Äh, ich bin... Naja. Oh, ich hab... Äh, ich bin nicht mal auf der... Ich bin da schon wieder. Yes. Yes. Mit drei Schlägen bin ich immer noch nicht oben. Okay, wo bin ich? Jetzt bin ich da. Ach, da bin ich. Woo! Okay, ich bin auch in so einem Holzteil jetzt gerade. Oh, ich kann rauszoomen. Oh, warte. Kann ich einfach... Ich glaub, ich muss warten, oder? Ich hab... Oh, ah! Ich geb dir keinen Tipp, aber... Ich bin drin. Hä? Das Ding geht doch einfach auf. Ja, ich weiß. Wie viel musst du mir da einen Tipp geben? Ja, weil ich wollte... Ich wollte eigentlich, dass du schießt, war alleine. Ach so, da wär ich lieber eine Runde... Ja, da ist ein kleines Loch in der Strecke. Warte, warte, warte. Oh, da fällst du ins Wasser. Da fällst du ins Wasser. Aber welches Loch braucht man? Ich glaub, das... Welches Loch brauchst du? Das vorletzte. Nicht das letzte, das vorletzte. Das vorletzte. Oh mein Gott, okay. Oh mein... Oh, ich... Bin ich... Ja, ich hab's... Nein. Wie bin ich denn da in das Loch reingefallen? Man kann übrigens, ich glaube, springen, oder? Wenn man... Ähm... Alter! Was denn? Oh mein Gott. Okay, das ist ein sehr guter Ort. Oh... Ach, das vorletzte, da meinst du? Ne, das ist eine weiter. Das, wo du grad bist. Ja, das, wo ich grad bin, genau. Ich bin da. Das ist ja nicht so schwer, auf jeden Fall. Ach so, ich mein das hier eigentlich. Echt? Also, das ging auch hier, wo ich bin. Ich glaub, die gehen beide. Ja, die gehen beide. Oh mein Gott, das war schön. Das war so schön. Wie viele Schläge hast du gebraucht? Ich hab... Ich weiß gar nicht genau. Ich hab verkackt hier bei der Schläge. Aber hier ist das Loch. Ich warte auf dich. Oh. Du bist ja gleich dünner. Wie, was ist das für ein Spruch? Okay. Ähm... What? Alter, wie oft schießt du bitte? Hey, manchmal ein bisschen öfters, manchmal ein bisschen weniger. Bist du ja voll am Verkacken, Bro. Kommt auf die Stimmung an, Bro. Ach so, verstehe. Ja, ja, ja. Kommt bei mir auch auf die Stimmung an, ob ich Lust habe, mit dir aufzunehmen, oder nicht. Weißt du? Oh, verdammt. Bin dünner. Mit zwei. Ich bin raus. Ah, ist das schön. Ist das schön. Oh. Na los, komm schon. Kommst du rein? Oh, sehr schön. Sehr gut gemacht, Sniley. Aber ich fall dir jetzt gerade an Schlägen. Mhm, das sehe ich. Ich mach die Musik an dem Spiel nicht. Ich muss die mal ausmachen. Ne, ich lass die an. Ich penne hier ein bei der Musik. Bei mir, das sind die Uncut-Videos, das heißt, ich kann eh keine eigene Musik einführen, also... Naja, es wäre ja kein Schneiden, wenn man, ähm, Musik einschließt. Pssst... Ich muss gucken, welches Loch nicht gehen soll. In das Mittlere, das Beste, okay. Pssst, Sniley. Du redest immer zu viel, weißt du das eigentlich? Hä? Du redest zu viel. Du redest, was ich meine, ne? Na, pssst, pssst, Sniley. Bitte. Nicht so viel quatschen, okay? Okay, bist du dünner? Wat, 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 wat? Uh, mit vier. Oh mein Gott, du bist... Boogie! ...40? Ich bin sieben hinten. Wie bist du sieben? Alter, da sind zwei Hühner. Hä? 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 Ich würde es auch gerne wissen, aber ich stehe gerne flach an. Das ist ein schöner Regentanz. Oh mein Gott. Ist das eigentlich die einzige Map, die es in dem Spiel... Ey, warte mal, du gehst links rum, ich gerechnet. Okay. Auf geht's. Woo! Yay! Okay, ich hab das Gefühl, das ist mein Golfspiel, mir gefällt das richtig. Wirklich? Ja. Also ich find es zu Golf with your friends halt echt schlecht, so im Vergleich. Echt? Ja. Okay. Das Layout ist so Standard, als ob es so einfach nur hingeklatscht wurde. Guck dir mal das Gras an und so weiter. Hm. Ach, das... Ich find auch das Menü so ein bisschen einfach hingeklatscht, so ein bisschen Unity-Level-mäßig. Aber wieso haben die sich keine Mühe gegeben beim Glas? Ey, ich find die haben sich sowieso... Also bei dem Spiel haben die sich anscheinend... Ich hab ja ein bisschen im Menü noch rumgeguckt. Ja. Sowieso nicht viel Mühe gegeben. Das ist so ein Zwei-Tages-Projekt irgendwie. Also ich find da Golf with your friends schon deutlich besser. Das könnte sein... Du meinst, das könnte sein, dass du und ich dieses Spiel auch erstellt haben könnten? Theoretisch, ja. Pfff. Oh mein Gott. Schau mal, wie wir erstellen ein Spiel. So, das wäre dann so irgendwie voll witzig, das Spiel. Komm, sei doch ehrlich, dass... Bisher schwerst an dem Spiel waren die zwei Hühner, die um das Loch rum tanzen. Du hast recht, du hast recht. Oder du bist... Ich meine, du bist halt am Verlieren, ne? Ich meine, die Punktetafel sieht gut aus. Du bist halt am Verlieren, Bro. Ohne zu flamen, ohne zu flamen. Du flamest aber gerade ganz... Oh, scheiße. Ich find Golf with your friends hat das halt besser gemacht. Attraktiver, schöner. Auch mit den schönen Custom-Karten und so weiter. Irgendwie ist das echt niedlich, wenn du das sagst. Irgendwie will ich dir eine Backpfeife geben. Gibst du mir eine Backpfeife? Ja. Oh, da geht's rein, ne? Da kriegst du doch ja eine... Alter. Hä? What? Kann man auf dieser Karte überhaupt verkacken? Naja. Ist das möglich? Das war ein Hollow Wall bei mir, aber die auch? Ja. Ja. Also, haben wir noch eine andere Map hier? Vielleicht können wir noch eine andere Map spielen, weil die ist ja relativ kurz auch. Hä? Ähm... Warte, ich gucke mal kurz die Map an. Ich bin ein bisschen verwirrt. Hä? Ach so. Oh, jetzt seh ich da einfach rein? Alter. Oh mein. Ich freue mich die Dinge einfach weiter ab. Aber wohin soll ich jetzt? Oh mein Gott. Oh, ich versteh. Wir müssen dagegen fahren, wenn das richtig ist. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh. Oh mein Gott. Bitte. Oh Gott, okay. Diese Waffe ist halt... Okay. Ja, ich seh's ja auf jeden Fall. Okay. Perfekt. Bin da. Ich frage mich halt... Ja? Ah, nee. Was fragst du dich, mein Freund? Was fragst du dich? Wie kommt der Golfball da oben rein? Bei Golf is your friends gibt's da wenigstens so ein Einfahrloch, weißt du? Huh, ich hab... Oh, ich hab ein Megabloch, dass du... Wie meinst du das? Ach so. Da gibt's ja auch Kanonen. Da musst du reinfahren. Alter, auf dich zu beschweren. Ich beschwär mich doch gar nicht. Oh, ups. Ich weiß, was du meinst, was du meinst. Aber hey, wir dürfen nicht die Spiele mal vergleichen. Das ist so, als würdest du dich und mir vergleichen. Das geht nicht, weil... Also, ich find schon, dass wir zwei Golfspiele miteinander vergleichen können. Mit dem selben Prinzip. Ja, du hast schon recht, okay. Also, ich bin voll am Gewinn. Ich meine, um jetzt noch zu verlieren, müsste ich echt... Dann müsste... Ich müsste jetzt ein Hold on One machen. Ja, und ich müsste jetzt ein... Ich rolle einfach runter. Alter, das ist wohl geil. Oh. Das hat wohl Spaß gemacht. Einfach so eine kleine Rutsch... Alter, das ist schon wieder so eine Röhre. Eine Glücksröhre. Ja. Okay, ich glaub, ich muss da reingehen. Da ist ein kleines Loch drin. Oh. Okay, das ist cool. Okay. Also, wir haben gleich viel Schläge, glaube ich. Das war's. Okay. Das war's. Nun... Nice! Willst du einfach mal das nächste Level benutzen? Ich weiß gar nicht, ob es eine andere Karte gibt. Also, ich hatte im Menü keine Kartenauswahl. Ich kann ja nochmal kurz gucken. Es gibt keine andere Karte. Warte, Einstellung. Dorf. Ach doch, wenn man... Oh, na klar, gibt es andere Karten. Wie viel denn? Nehmen wir das Labor. Das Labor sieht gut aus. Wie viele Karten gibt es denn? Ähm, Dorf, Verlies, Schnee, Labor, Dampfwolke, Zuflucht, Steampunk. Es gibt sieben. Oh, crazy. Okay, nehm das Labor. Und Workshop-Karten. Workshop-Karten gibt es auch. Oh, das ist geil. Karten erhalten. Also, man kann ja selbst Level erstellen. Vielleicht erstellen ja die Leute andere Level. So, das ist schon geil auf jeden Fall. Beliebteste ist die Rainbow Road. Oh, mein Spiel ist abgestürzt. Abonniere ich jetzt erstmal. Oh Gott, und das ist ein Uncut-Video. Oh Gott. Okay, ich starte das Spiel nochmal neu. Ja, okay, komm, diesen einen Cut dann... Nein, 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 kein Cut. Ich komme rein in die Lobby. Bin drin. Okay, let's go. Okay, ähm... Kein Cut. Ich habe die Rainbow Road. Da steht herunterladen, Punkt, 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 ne? Jetzt bereit. Okay. Ich habe die jetzt abonniert. Dieser Kanal ist nicht umsonst, wenn ich jetzt ankert. Ja, äh... Nee, 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 pscht, pscht, pscht. Okay, oh. Oh, Alter, wie geil. Da gibt es Soundeffekte. Und du sagst, das Spiel ist schlechter als Golf of your Friends. Nur weil ich jetzt mal mit einer Custom-Map angemacht habe und nicht die von den Entwicklern. Oh, mein... Das ist voll cool. Soll ich da rüber? Oh. Oh, mein Gott. Das ist episch. Hä, die Sounds gefallen mir. Ja, wir auch. Bin drin. Oh! Das ist episch. Was macht denn das Ding hier in der Mitte? Einfach nur Sounds, oder? Tut das auch was? Ähm, naja, es bounce sich ab, ne? Okay. Du verkackst das ganz schön. Das Ding auf dem Boden, das bounce dir mich nicht ab. Boah, kennst du das, wenn du deine... Ich kann meine Hände die ganze Zeit knacken. Die ganze Zeit. Guck mal. Noch nie was Uninteressanteres gehört. Was ist das Hole? Äh... Ja, guck einfach mit freier Kamera. Okay. Äh, ist das... Das Gleichheitszeichen ist, wenn du in das Gleichheitszeichen gehst. Aber warte mal. Hä? Ich glaub, wir würden... Ah. Oh, mein Gott. Ich seh's gerade. Du auch? Okay, das ist weird. Das ist voll cool. Das Gleichheitszeichen, weil da können wir durch, aber... Ja. Also, wir müssen jetzt ganz leicht schlagen. Uh, das war dumm von dir. Oh, wir dürfen das nicht berühren. Natürlich nicht. Was denkst du denn? Ich dachte, das sind Wände. Nein. Snylo. Jetzt hab ich verkackt. Jetzt hab ich verkackt. Da sind doch keine Wände. Ist doch klar, dass du die X nicht berühren darfst. Nein, nein, nein. Wie viele Schläge. Oh Gott. Also, heute bist du echt in Versager-Modus, oder Versager-Laune. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Nice. Sieben Schläge für die Karte. Okay. Na dann. Let's go. Hole 3. Keine Ahnung. Ich schau mal kurz. Warte kurz. Ich schau kurz, wo das... Oh, okay. Das ist crazy. Das ist auch crazy, so wie ich, Snylo. Hey, das ist verrückt. Das ist verrückt. Okay. Oh, mein Gott. Ich schlage derzeit zu leicht. Okay. Puh. Alter, ich bin echt gut im Spiel, muss ich sagen. Alter, das ist... Mann. Okay, das ist gerade... Das ist gerade eklig, da hochzuklettern. Aber die Map ist gut, ne? Die Map ist... Ja. Ich meine, die Map ist schwerer als die andere. Das ist schon herausfordernd, auf jeden Fall. Das stimmt. Das stimmt. Och. Und man fällt hier echt oft runter. Oh, jetzt bin ich oben. Das hast du auch. Das ist nicht so schwer. Einschätzen. Ja, das musst du erst mal lernen. Das ist nämlich anders als bei Golf of your friends mit der Kraft. Mhm. Total anders. Acht Schläge. Okay, einen mehr als ich, glaube ich. Obwohl, nee, wir haben gleich viele. Wir haben gleich viele gebraucht. Ja, ich sehe es. Okay, warte mal. Was sollen wir jetzt hier tun? Ähm... Wie kommen wir da rüber? Warte, ich komme mal kurz. Oh, warte, guck mal. Von der Seite siehst du einen Boden. Hä? Hier ist... Da ist ein Boden. Da ist ein Boden. Okay, ich schieße mal. Okay, der ist einfach unsichtbar. Vielleicht, wenn wir anhalten, dann ist der Boden nicht mehr da. Nur wenn wir drüber fahren. Das kann sein. Hole in one. Oh, das kann echt sein. Oh, scheiße. Hole in two. Birdie. Hole in two. Ja, genau. Hä? Ach, Mann. An sich stimmt das ja. So. Oh, ich warte noch. Boah. Die Teile sind ziemlich crazy. Eigentlich gibt es noch mehr von diesen Fallen. Echt? Krass. Oh, halb abstehen. Danke. Okay, ich komme. Ich bin nicht von diesen Fallen, aber es sind Fallen. Oh, mein Gott. Ich sehe es gerade. Es sind fallige Fallen. Ich sehe es gerade, Snilo, Milo. Snilo ist eine Legende. Oh, nice. Okay, ich gebe mal richtig Gas. Ich bin tot. Was war das denn gerade? Keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich tot bin. Oh, ja. Ich mache lieber den sicheren Weg. Ich will nicht gegen dich verlieren. Das wäre nämlich sehr peinlich. Zu peinlich, um das Video hochzuladen. Ach, du bist peinlich. Weißt du, dass wir wieder spielen sollten? Welches? Dieses erste Golfspiel, was wir vor Jahren gespielt haben, was wir uns kennengelernt haben. Dieses 3D-Spiel? Ja, 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 ja. Eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Das ist nämlich geil, oder? Das ist eine Legende, das Spiel. Das ist mega legendär. Hä? Ich hätte man dir Speed-Dinger ohne Ende. Ja, bin Sender. Mit zwei aber leider. Ja, ich habe drei. Was? Hä? Ich weiß nicht mal, wie du drei hast. Weil ich beim ersten nicht so weit gekommen bin, komischerweise. Obwohl ich auch mit Vollspann gezogen habe. Oh, mein. Warte, ich muss kurz hier nachschauen. Okay, Bounce-Dinger. Oh, viele. Oh, mein Gott. Okay, weißt du was? Okay, einfach schlagen und hoffen. Ja. Oh, mein. Okay. Ah, was? Ey, okay. Ganz nice eigentlich. Okay. Ach so, ich sehe es gerade. Also, die Teile bei uns sind eigentlich allzu sehr. Das ist, ja. Das muss man so sagen. Oh, Gott sei Dank. Oh, nicht weiter. Bitte. Oh, Gott sei Dank. Oh, komm schon, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Gott sei Dank. Und? Ah, da ist das Ziel, okay. Boom. Okay, das war weird. Und so. Okay. Ich warte mal auf dich, ne? Ich glaube, ich bin an einem unmöglichen Punkt angekommen. Das ist voll cool, einfach. Ich bin an einem unmöglichen Punkt angekommen, Tatsache. Ich warte hier auf dich mit dieser Perspektive. Die Idee ist so cool, ne? Doch, so kann ich ankommen. Diese freie Kamera ist voll gut, um Thumbnails zu machen. Die anderen Golfspieler hatten das doch bestimmt auch, oder? Hm, weiß nicht. Ich glaube, ja. Mit Freikamera. Eigentlich schon, ne? Keine Ahnung was, wieso. Ja, kein Plan. Oh, da dürfen wir nicht so stark reinschlagen, habe ich gelernt. Oh, ich bin untergefallen. Oh mein Gott, komm schon, geh einfach rein. Hey. Bei dir auch so? Ja, ich habe genau dasselbe Problem. Vier Schläge, um nur in die Röhre reinzukommen. Ich komme da nicht wirklich rein. Ja, jetzt bin drin, okay. Oh, nice. Ich habe fünf Schläge gebraucht, um nur reinzukommen. Ja, komm, ob vier oder fünf. Okay, und okay, dann bei der zweiten bin ich sofort reinzukommen. Me too. Und bei der dritten sogar auch. Echt? Ja. Okay, das ist great. Oh man, ich respektiere dich so hart, ne? Oh mein Gott. Was ist das hier? Okay, das ist weird. Es gibt eine Abkürzung hier. Echt, Adi? Habe ich dir das schon mal gesagt, dass ich dich sehr respektiere? Ich will die Abkürzung nehmen. Okay. Ich habe es da, ich verstehe es langsam. What? Ich bin in den Korb rein. Oh nein. Okay. Yay. Alter, wenn du es in die Abkürzung geschafft hast, bist du automatisch im Loch. Ne. Das lohnt sich doch nicht mehr. Ja, du bist automatisch drin. Das lohnt sich ja eine Million mal mehr. Naja, klar. Guckst dir an. Boom. Wie viel hast du gemacht? Äh, weiß nicht. Wow, sieben, ich habe zehn. Ja, aber egal. Was ist das? Alter, das sieht nice aus. Das sieht, oh mein Gott. Oh mein Gott. Da war ein Glitch. Was, alter, wie geil ist das denn? Ich bin geglitcht, Mann, das ist nicht fair. Ich bin bei so einem, ich weiß nicht, ob das ein gutes Loch ist, aber ich kann nur das nehmen, also. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Loch ist. Ja, weil das so, ich weiß nicht, woran das hinführt, was ich meine. Ich glaube, wieder am Anfang. Oh nein. Ach da, dieses blaue, ne? Okay, habe ich so eine blöde Position, ich habe verkackt ein bisschen. Ich bin geglitcht, Mann. Okay, obwohl, kann ich sich hier hoch, ich muss einmal probieren, glaube ich, hier hochzukommen. Ich höre dich, ich höre dich, aber ich... Nein, du hörst mich nicht. Ich ignoriere dich nur, sorry. Okay, bin da. Was hast du, hast du irgendwas relevantes gesagt? Ja, weil ich geglitcht bin. Ach so. Oh, du hast schon wieder... Oh Mann, obwohl, ich habe weniger gebraucht, dass du, okay. Ja, wegen dem Glitch. Ach so. Das links muss ich, glaube ich, ne? Warte mal, warte mal. Red Scouts of Dead. Oh mein Gott, ich sehe dich da. Oh, das ist perfekt. Perfekt. Yes. Oh mein Gott. Was ist das, hä? Ah. Ah. Das ist so cool. Ah, nee. Darf man die Blauen nicht berühren? Ähm, müsste irgendwie da stehen. Ne, das steht nirgendwo. Hä? Ich hau hier einfach durch. Hä? Hä? Ich verstehe das nicht. Was? Wo bist du denn überhaupt? Blau. Ich verstehe das nicht. Bleibst du da stehen? Was passiert denn bei den Blauen? Ich weiß nicht. Ich check das nicht. Ich weiß ja nicht, wo... Ich werde immer zurückgesetzt. Ich gehe gerade auf den Blauen. Ja. Guck mal, ich gehe jetzt auf den Blauen. Und? Wird ich... Ah, man kann nur auf Blau stehen. Oder jetzt habe ich Millionen Schüsse gebraucht. Hä? Hä? Aber wieso? Ich bin doch gar nicht ausgerollt gerade. Vielleicht von Blau zu Blau? Hä? Oder von Blau zu Weiß? Oh nein. Hä? Ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht ganz. Oh, das ist ein unsichtbares Labyrinth, glaube ich. Oh. Ist ja voll... Vielleicht mit der Kamera wieder. Vlog out, okay. Nee. Ich glaube, das war so ein... Ja, das ist doch voll unfair. Hä? Wie soll man das... Hole 11, Pan-Chicken, Paar 6. Warte, ich muss mal ganz kurz angucken, das Ding. Grün ist das Richtige. Oh Gott sei Dank. Nee, alle sind richtig. Ja, würde ich auch sagen. Aber rot und gelb sehen schon am besten aus. Jetzt gehst du mal mal gelb rein. Ach, ich schlag einfach. Warte, ich muss mal kurz gucken hier. Wo ist denn das Ziel? Hä? Hä, wohin führt dein... Ich check's nicht. Ach, da. Ah. Oh my God, voll cool. Ich geh jetzt hier rein. So, ist das jetzt das Ziel? Der Pfeil ist das Ziel, oder? Naja, ich würde sagen ja, aber ich bin... Ach nein, da geht's noch weiter. Da geht's noch weiter danach. Ja, da geht's noch weiter. Und zwar... Okay, ich fahr auch links lang, oder? Ja, perfekt. Bin da. Okay. Oh, hier sind mehr Hühner. Wo ist denn... Alter. Baum, baum. Das ist mit den Hühnern nicht so witzig, ne? Ja, der eine hat dich grad getreten. Die tun mir aber auf jeden Fall nix, das ist gut. Aber heute gibt's... Okay. Okay. Das war... Alter, du hast viel weniger Schläge gebraucht, als ich. Ich hab sieben gebraucht. Viel weniger zwei. Ja, aber immerhin, das summiert sich. Hole 12, Secret Passage. Secret Passage. Hier rechts, rechts neben den Bücherregern. Warte. Ja, ich seh's gerade. Oh, da kommst du raus, okay. Hä? Ach so, da. Okay, 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 verstehe. So. Hä, was war denn das? Was denn? Ich hab' wir müssen da durch, oder? Oh nein, müssen wir nicht. Was? Das soll dich verarschen. Du musst da links lang an den Stühlen. Hä? Geh mal links zu den... Du kannst, glaub ich... Links hinter diesem fallenden Stuhl. Ähm. Bin da. Was? Links hinter dem fallenden Stuhl? Ich versteh's nicht. Bin da. Du musst in den Stuhl rein. Hä, du bist bei mir noch hier? Wie so in den Stuhl rein? Ja. Ich weiß ja nicht, welchen Stuhl. Der liegende Stuhl, da musst du reinfahren. Das ist die Secret Passage. Ja, einer auf den. Doch, guck doch. Na, dann halt nicht. Hä, wo denn? Ich seh hier beim liegenden Stuhl. Da ist noch ein Stuhl daneben, oder? Alter, du bist so ein anstrengender Mensch. Hä? Ich check das nicht. Wie, du checkst das nicht? Hä? Das ist... Hä? Hä, du bist da? Das ist falsch. Ja, ich bin am Ziel. Das ist... Du lügst mich an? Ich lüg dich kein bisschen an. Du lügst mich wohl an. Ich bin doch komplett woanders als du. Wo soll ich dich denn anlügen? Ja, du bist da durchgefahren. Wo bin ich durchgefahren? Die Schnauze. Hä? Ich weiß doch gar nicht, wovon du überhaupt redest. Ja, 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 ich weiß auch. So. Hey, du bist echt einer. Du hast mich so verwirrt, ne? Und dann... Hä? Was für ein Stuhl? Wieso soll ich... Und dann sagst du, ich will anstrengen. Ja, du bist anstrengend. Oh, okay. Ich probier's mal. Der lügende Stuhl. Was für ein Stuhl? Da sind nur zwei Stuhle. Ich schau, das ist wohl. Timeout. Ich kann doch nicht glauben, dass deine Taktik funktionieren wird. Oh mein Gott, das ist nicht richtig, Jan. Das war so richtig. Also, emotional gesehen. Ey, hier ist das Loch. Aber das ist nicht das richtige Portal. Ja, ich hab das falsche Portal genommen. Ja, ich hab mein anderes genommen. Ich hab das da vorne genommen. Wolltest du nicht wissen, welch das richtige ist? Nein, guck mal, du bist jetzt dort, ne? Schau nach links jetzt. Ach, ich vertrau dir gar nicht. Ich spiel meine Bahn so, wie ich's möchte. Hä? Oh mein Gott. Hä? Ich merk keinen Sinn. Oh mein Gott. Wo bin ich? Ich war auf jeden Fall falsch. Ich hab das richtige erwischt. Aber ich hab alle schon benutzt. Nein, hast du nicht. Na klar hab ich alle schon benutzt. Nein, hast du nicht. Ich hab die beiden hier, die hab ich schon benutzt. Ja, auf jeden Fall. Sieht aber nicht danach aus, ne? Na, leider schon. Nee, hast du nicht. Jetzt ohne Scheiß. Ja, dann hab ich sie nicht benutzt. Okay. It is what it is. It is what it is. Ey, du hattest jetzt so eine geile Erführung, ne? Ey, ich bin sprachlos, Nylee. Ja, aber kein Portal ging. Ja, ja. Doch, das rechte ging. Du hast es noch nicht benutzt. Doch, du hast es nicht benutzt. Wirklich. Ich hab alle benutzt. Wirklich. No joke. Ja, genau. Wie kam ich da rein, wenn alle benutzt hast? Weiß ich nicht. Das macht keinen Sinn, Bruder. Wenn ich das wissen würde, wäre ich ja drinne. Das macht keinen Sinn. Alter. So, ich bin da, ne? It is what it is. It is what it is, man. Alter, die Karte geht aber auch echt Ewigkeiten. Ja. Hole 15. Hm? Versteh ich nicht. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ich versteh das nicht. Ach so, sollen wir durch die Zahlen? Ich versteh es nicht ganz auch. Warte. Vielleicht durch die 1? Ach so. Oh. Okay. Was? Was war das gerade? Du musst durch die, ähm, durch die 1 fahren. Okay. Hab schon 5 Schläge gebraucht. Warte, ich muss kurz gucken. Ach so, ich seh's gerade. Okay. Okay, warte, warte, warte. Jetzt. Okay, nice. Sehr schön, sehr schön. Das Spiel ist so weird. Sehr schön. Das Spiel ist voll geil. Findest du? Ja, voll geil. Na ja. Voll das gute Golfspiel. Ja. So, nice. Okay, ach da. Okay, ich bin beim Ziel. Hä? Oh mein Gott. Ich glaube, wir müssen durch die 0 fahren, oder? Hä? Durch die 1 fahren? Durch die 1. Okay. Puh, das war mehr Schläge als gedacht tatsächlich, aber ist okay. Oh mein Gott, du bist schon bei 10 Schlägen, Bruder. Ja. Bruder, ich muss los. Ah, es sind immer noch 3 Karten. Ja. Du hattest so viele Karten. Oh. Alter, krass. Nice. Das macht irgendwie... Oh mein. Ich sehe es aber... Sehr weird, sehr weird, sehr weird, sehr weird. Oh mein Gott. Das wird nicht so einfach sein, oder? Ah. Ich glaube, ich weiß, was sie tun müssen. Ach, wie kann ich da nicht reingehen gerade? Oh mein Gott. Ich bin drünner. Ich bin drünner. Oh, ich auch. Hä? Okay. Da. Okay. Oh, Portal. Minecraft. Minecraft. Alter, wohin falle ich? Oh, ich sehe es auch nicht. Hm. Oh. Hm. Minecraft. Hm. Okay. Oh. Oh, ich falle schon wieder. Okay, ich bin im Ziel. Ah, es gibt 4 verschiedene Portale. Schon wieder? Ich bin zu voll für die freie Kamera. Okay. Deswegen nehme ich einfach irgendeins. Die freie Kamera ist ja echt OP, ne? Ist ja ein bisschen überpowered sogar. Ja. Ich bin grad zu viel. Oh mein Gott. Oh, die ist cool. Das heißt ja auch Rainbow eigentlich, das Kartenpaket hier. Ja, ich weiß. Regenbogen. Bisher habe ich noch relativ wenig Regenbogen gesehen, weißt du? Ja, aber das ist ja... Jetzt ist das erste Mal Rainbow. Okay, das ist episch. Oh mein Gott. Das ist so cool. Ah ja. Oh, perfekt. In die Kanone. Yes. Oh mein Gott. Das ist cool. Diese Karte hier ist über den anderen Karten. Echt? Ja. Ja, und du sagst, das ist kein gelles Spiel. Ey, sind wir mal ehrlich. Das Spiel ist halt echt schlecht. Nur weil du verlierst? Nein, das Spiel ist halt echt... Wirklich, wirklich, nein. Also ich hätte keine Lust mehr, das Spiel nochmal zu starten, sag ich so. Ja, dann stimmt aber mit dir irgendwas nicht und nicht mit dem Spiel. Das ist eine coole Abwechslung und so weiter, aber Golf with your friends war besser. Ja, dann spielen wir aber nächstes Mal Golf with your friends, ne? Das können wir spielen. Und dann gibt's richtig Schläge, Sniley. Ey, du versuchst mir immer so hart den Popo hoch. Ja, du weißt, ich mag das. Oh, wie cool. Das ist ekelhaft. Wie Schläge hast du schon gebraucht? Du wierst mich an. Wie Schläge hast du schon gebraucht? Kann ich dich einfach hier außen rumfahren? Oh mein Gott, ich glaube, du bist ganz weit hinten, oder? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ja, ich bin auch hier hinten irgendwo noch. Oh, du bist erst dort? Mit acht Schlägen? Ich hab fünf Schläge für alles gebraucht. Alter. Aber die Web ist so cool, ne? Nein. Neun. Nein. Jump Ding. Woo! Okay, das ist so geil. Zieh das mal rein. Ey, bei Golf with friends gibt's ja auch eigene selbst erstellte Level, ne? Ja, ja, ganz viele. Vielleicht gibt's ja ein paar Zuschauer, die Lust haben, für uns Level zu erstellen. Danny und Sniley, wenn ihr Lust habt, bei Golf with friends Level zu erstellen, ich werde nach Danny mal suchen. Oder ihr könnt das einfach Danny Jensen benennen, zusammengeschrieben. Und dann, oder, ja, oder nennt es einfach Danny Jensen Uncut, zusammengeschrieben alles. Und dann werde ich, obwohl er ist unnötig, nennt es einfach Danny Jensen, falls ihr uns Level erstellen wollt, bei Golf with your friends. Da werden wir die auf jeden Fall mal spielen, ne? Aber gut, das war's für das Video. Ach, das war die letzte Karte schon. Ja, das war's für das Video. Check seine Beschreibung aus. Lass ihn dann rum, da abonnieren kostenlos und bis zum nächsten Video. Bye.